Willkommen zu 7 Tage Deutschland. Hier ist die neueste Ausgabe des AfD-Wochenend-Podcasts. Am Mikrofon ist Detlef Frier. Zwei Themen bewegen Deutschland in dieser Woche. Zum einen die Sorge um unsere deutsche Landwirtschaft. Wird es bald kaum noch landwirtschaftliche Erzeugnisse aus Deutschland geben? Wird der globale Markt das Ende für kleine und mittelständische Landwirtschaftsbetriebe sein? Ist der deutsche Bauer ein nicht mehr zu rettendes Auslaufmodell? Die AfD beantwortet all diese Fragen mit Nein und stärkt Bauern und Landwirten den Rücken. Dazu gleich. Und das zweite große Thema? Ich will an der Stelle einmal darauf hinweisen, dass solche Ausgangsbeschränkungen in ganz vielen Ländern Europas gang und gäbe sind. Man muss es nicht nachmachen, aber man muss irgendwas machen. Das ist offensichtlich die traurige Maxime der merkelschen Corona-Politik. Irgendwas machen und bloß nicht lange über Sinn oder Unsinn nachdenken. Da werden dann mal Ruhetage erfunden und wenn man merkt, dass das so einfach gar nicht geht, auch gleich wieder abgeschafft. Merkels Corona-Irrsinn, ein deutliches Nein. Dazu vom Ehrenvorsitzenden der AfD, von Dr. Alexander Gauland. Ich habe das Gefühl, die Regierung hat allmählichen Verstand verloren. Es gibt ein schönes Wort von Einstein. Immer mehr vom Gleichen und glauben, dass ein anderes Ergebnis rauskommt, das hat irgendwie nichts mehr mit Vernunft zu tun. Die Regierung muss sich doch mal darüber Gedanken machen, ob sie irgendetwas neu und besser machen kann. Es ist halt der Irrsinn dieser, wie heißt das so schön, regelbasierten Multilateralität, dass kein Impfstoff da ist, also jedenfalls nicht genug. Dass die EU das nicht konnte, das wusste jeder, der was von der EU versteht. Aber nein, bei uns heißt das, wenn wir das selber machen wollen, Impfstoff-Nationalismus. Die Briten impfen, die Amerikaner impfen. Warum die Regierung die Ärzte nicht sofort ranlässt? Warum die Betriebsärzte nicht sofort ranlassen? Ich verstehe auch nicht, warum nicht sofort von den Russen Sputnik eingesetzt wird, wenn nicht genug da ist. Es fällt mir nicht mehr viel ein für diese Regierung. Sie hat völlig versagt. Sieben Tage Deutschland, hier ist der Wochenend-Podcast der AfD aus Berlin. Ungerecht, willkürlich, nicht nachvollziehbar und vermutlich auch gesetzwidrig. Merkels viele Lockdowns bringen immer mehr Bürger auf die Palme. Zu Ostern werden die Gottesdienste verboten, Gründonnerstag erfindet Merkel einen Feiertag, der eigentlich keiner ist, ein Ruhetag, der aber legal so gar nicht definiert und auf die Schnelle auch gar nicht etablierbar ist. Peinlich für die Kanzlerin, die beim Volk um Verzeihung bitten muss. Und trotzdem, kleine Läden, sicherlich keine Infektionsherde, müssen wieder schließen. Urlaub auf Mallorca geht am Senftenberger See aber nicht. Und die Stimmung kippt gewaltig. In einer jüngsten Umfrage sind knapp 70 Prozent der Berliner und Brandenburger der Meinung, das geht jetzt wirklich zu weit. Die Brandenburger werden unter anderem von René Springer im Deutschen Bundestag vertreten. Der AfD-Abgeordnete ist jetzt zugeschaltet. Guten Tag, Herr Springer. Haben Sie denn Verständnis für diese Bürger, denen es jetzt so richtig reicht? Ja, guten Tag, Herr Frier. Ja, selbstverständlich haben wir hier vollstes Verständnis für diese Haltung. Und man muss ja dazu sagen, dass die Frustration ja nicht erst in den letzten Tagen entstanden ist, sondern auch das Ergebnis einer bitteren Erfahrung ist, dass man nämlich viel zugemutet bekommt politisch. Ich denke da nur an den ersten Lockdown, an den zweiten Lockdown, dass man dann feststellt, das bringt gar nichts. Und im internationalen Vergleich schlichtweg auch die Fachwelt inzwischen sagt, dass Länder, die auf diese Maßnahmen verzichtet haben, eben nicht weniger schlecht dastehen als wir. Und daraus resultiert nämlich Frustration, weil der Eindruck entsteht, dass alles war umsonst. Wenn Merkel und die Ministerpräsidenten zu einem solchen Schritt, also zum kompletten Herunterfahren des gesellschaftlichen Lebens über Ostern greifen, dann erwarten wir als Bürger doch eigentlich, dass Experten herangezogen werden und das vorher. Aber die melden sich erst jetzt völlig wirkungslos. Wäre der geplante Oster-Lockdown gewesen, die paar Tage hätten gar nichts bewirkt, außer dass sie so andere Experten die Wirtschaft ruiniert hätten. Dann folgt hektisches Zurückrudern bei der GroKo. Ist Merkel, sind die Ministerpräsidenten in ihrer Einschätzung völlig beratungsresistent? Ja, ich habe inzwischen das Gefühl, dass man sich sehr früh auf einen Kurs festgelegt hat, nämlich im vergangenen März, als es in den ersten Lockdown ging, wo wir als AfD von Anfang an auch in den Parlamentsdebatten gesagt haben, liebe Leute, man kann das versuchen und wir sind auch bereit, das einen Monat mitzumachen. Aber man muss das eben nach dem Monat auch evaluieren und ohnehin muss das Ganze begrenzt werden, weil die wirtschaftlichen Folgen auch für unsere nachfolgende Generation zu einer riesigen Last wird. Und man hat damals nicht auf uns gehört, sondern man hat das durchgezogen. Inzwischen weiß man, dass das inzidenzbasierte Herangehen falsch ist, weil die Inzidenz allein überhaupt noch nichts aussagt über das tatsächliche Erkrankungsgeschehen, auch nichts über die Auslastung der Kapazitäten in den Krankenhäusern. Das ist eine Zahl, die im Grunde nicht geeignet ist, politische Entscheidungen zu rechtfertigen. Aber man hat sich eben auf diesen Kurs festgelegt und jetzt hält man auf Teufel komm raus an diesem Kurs fest, denn aus der Perspektive der Regierenden muss er richtig sein. Jetzt nach diesem Kollateralschaden, der entstanden ist, nach diesem riesigen auch wirtschaftlichen Schaden, der entstanden ist, zu sagen, ach, liebe Leute, das war eigentlich eine falsche Entscheidung von Anfang an, würde den allermeisten Parteien politisch das Genick brechen. Und deswegen geht man aus meiner Sicht auf Teufel komm raus diesen Weg weiter. Und man kann nur hoffen, dass der Widerstand, der jetzt sichtbar geworden ist, größer wird und dass im Grunde die Parteien auch für diese katastrophalen Fehlentscheidungen abgestraft werden. Die wirtschaftlichen Schäden haben Sie schon angesprochen. Sie selbst sind ja Sprecher für Arbeit und Soziales der AfD-Bundestagsfraktion. Zwei Bereiche, die die Auswirkungen der kopflosen, vermeintlichen Corona-Politik der Altparteien besonders zu spüren bekommen werden. Sind denn die Auswirkungen zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt schon absehbar? Nein, man kann jetzt natürlich nicht vorhersagen, wie die Gesamtbilanz aussieht. Das, was wir jetzt schon wissen, das reicht aber völlig aus, um sagen zu können, dass die ergriffenen Maßnahmen überhaupt nicht gerechtfertigt sind. Niemand von uns hat eine Glaskugel. Wir wissen nicht, wann Merkel zur Vernunft kommt, wann sie aufhört, ihr eigenes Volk so zu drangsalieren. Wenn das Ganze noch so weitergeht, dann werden die vielen von den Fachverbänden prognostizierten Insolvenzen Wirklichkeit werden. Und das Ausmaß, das soziale Ausmaß und das Ausmaß für den Arbeitsmarkt, das will ich mir gar nicht ausmalen, angesichts der Zahlen, die jetzt schon bekannt sind. Wir haben plötzlich wieder über eine Million Langzeitarbeitslose, wo wir wissen, wir sind verdammt schwer in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Wir haben 2,4 Millionen Menschen in Kurzarbeit, wo die Bundesregierung die Kurzarbeit vorsichtshalber verlängert hat, bis nach der Bundestagswahl, weil sie wahrscheinlich selber erkennt, dass es keine Brücke in den Arbeitsmarkt zurück ist für viele dieser Kurzarbeiter, sondern eine Brücke in die Statistik der Bundesagentur für Arbeit unter der Rubrik Arbeitslosigkeit. Also allein diese, und das ist nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt, allein diese Zahlen verdeutlichen eigentlich, welcher soziale Sprengstoff entstanden ist durch diese irrsinnigen Maßnahmen der Bundesregierung und auch der Länderregierung, an denen ja im Grunde alle etablierten Parteien beteiligt sind, außer die AfD. Seit dem vergangenen Wochenende nach Alexander Gauland auf Platz 2 der brandenburgischen Landesliste der AfD und damit so gut wie sicher auch im kommenden Deutschen Bundestag vertreten. Herzlichen Dank an den Abgeordneten René Springer. Ich danke Ihnen, Herr Frier. Sieben Tage Deutschland, der Wochenend-Podcast der AfD aus Berlin. Warum handelt die Merkel-Groko so, wie wir das jetzt erleben? Die Menschen verstehen es nicht mehr, das zeigen die Umfragen. Die Union stürzt erneut ab und nicht nur wegen des Corona-Lockdown-Chaos, sondern auch und vor allem wegen frecher Selbstbedienung und wohl auch Korruption und Bestechlichkeit in den Reihen der Abgeordneten von CDU und CSU. Der Jurist und AfD-Abgeordnete Stefan Brandner hat es hier in sieben Tagen Deutschland so treffend auf den Punkt gebracht mit seiner Frage, was war zuerst da? Die Maske oder die Provision? Wurde die Maskenpflicht in Bayern sogar FFP2-Maskenpflicht dem Volk nur befohlen, damit die Bankkonten von Unionsabgeordneten prall und praller werden? Eines steht fest. Die AfD will dieses Treiben beenden. Schärferes Lobbyregister, schärfere Verhaltensregeln für Abgeordnete. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Thomas Seitz will, dass deutlich sichtbar wird, wie Gesetze zustande kommen, welche Lobbyisten, welche Interessenverbände an einem Gesetzestext mitgeschrieben haben. Herr Seitz, das Lobbyregister wurde jetzt neu aufgelegt, wurde nochmal verschärft, so zumindest die Regierung. Aber aus ihrer Sicht reicht das bei weitem nicht. Ja, bei der ersten Debatte hatte die Regierung ganz überraschend angekündigt, dass sie ihren eigenen Entwurf nochmal ändern wollen. Das war damals noch unter dem Eindruck der Causa Amthor. Die Union hat dann viel Widerstand geleistet. Die SPD war da deutlich aufgeschlossener und jetzt unter dem Druck der permanenten Affären, die bekannt werden im Zuge mit Aserbaidschan und den Maskenbeschaffungen gab jetzt einfach bei der Union so viel Druck, dass man da jetzt nachgeben musste. Allerdings, der Entwurf, der jetzt eingereicht wurde, ist immer noch nicht weitgehend genug. Da gibt es noch viel zu viele Lücken. Es ist jetzt kein reines Feigenblatt mehr, aber immer noch kein scharfes Schwert. Was sind denn das für Lücken, die da aus Ihrer Sicht noch drin sind in diesem Lobbyregister? Wo können die Leute, also die Abgeordneten hier im Deutschen Bundestag weiter betrügen? Da geht es jetzt weniger um die Abgeordneten, sondern um die Frage, wo die Registrierungspflicht von Lobbyisten beginnt. Der Regierungsentwurf setzt erst an in den Ministerien auf Abteilungsleiterebene. Unser Entwurf setzt an bereits auf Referentenebene, was ganz wichtig ist, weil da werden die entscheidenden Weichenstellungen gemacht. Und wenn man da ganz früh in der Erstphase einer Entwurfserstellung seine Inhalte einfließen lassen kann, was niemand sieht, dann ist die Gefahr groß, dass das einfach später drin bleibt. Das heißt im Klartext, in dem Augenblick, wo ein Gesetz entsteht, schon da muss die Lobby angezeigt werden. Unser Ziel ist der legislative Fußabdruck. Das heißt, man muss einem Gesetz nachher entnehmen können, wer alles dort von Seite von Lobbyisten, Interessenträgern, Sachverständigen mitgewirkt hat, dass der Bürger sieht, welche Interessengruppen Einfluss genommen haben und auch dann ihre Interessen im Gesetz wiederfinden. Das sieht der Regierungsentwurf nicht vor. Das ist unser großer Vorwurf auch weiterhin. Hier wird verhindert, dass Transparenz für den Bürger geschaffen wird. Jetzt haben wir ja gerade aktuell den Maskenskandal, wo auch wieder Geld abgekocht wurde, wo auch die Lobby offensichtlich da reichlich, gerade jüngst der Fall mit dem Ehemann von Jens Spahn, der über Bruder Masken ans Gesundheitsministerium verkauft hat. Wird das weiterhin stattfinden können, auch jetzt mit einem verschärften Lobbyregister? Beim Lobbyregister geht es nur um Transparenz. Was Sie jetzt angesprochen haben, das sind Fälle von Korruption oder zumindest Korruptionsverdacht. Das sind nochmal ganz andere Kategorien. Da geht es um die Verhaltensregelungen. Was darf ein Abgeordneter und was darf er nicht? Auch da brauchen wir eine Verschärfung. Auch dafür haben wir Anträge eingebracht. Unser Ziel ist es, dass Abgeordnete nicht mehr als Lobbyisten tätig sein dürfen. Das ist ganz klar aus meiner Sicht die Voraussetzung, um hier die Integrität des Bundestages zu wahren. Tino Chrupalla, der Parteisprecher, sagte bei uns im Interview hier bei Sieben Tage Deutschland, wir brauchen einen gläsernen Abgeordneten. Insofern stimme ich unserem Parteivorsitzenden und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden zu. Das sollte auch der eigene Anspruch an uns Abgeordnete sein, dass wir unsere Nebeneinkünfte offenlegen und am besten auch gar keine größeren Nebeneinkünfte haben. Denn die kann ich nur dann erzielen, wenn ich die Mandatsarbeit vernachlässige. Vielen Dank, Thomas Seitz. Sprecher Parlamentsrecht und Geschäftsordnung im Deutschen Bundestag der AfD-Bundestagsfraktion. Sieben Tage Deutschland, der Wochenend-Podcast der AfD. Ich bin Tobias Weber. Rettet die deutsche Landwirtschaft, damit es morgen noch deutsche Bauern und deutsche Landwirtschaftserzeugnisse gibt. Das ist eine Initiative unserer Bundestagsfraktion und unser Schwerpunkt gleich nach den Nachrichten aus den deutschen Ländern, jetzt in Sieben Tage Deutschland. Sachsen. AfD-Chef Urban geht juristisch gegen Özdemir und das ZDF vor. In der Sendung Markus Lanz am 17. März behauptete der Ex-Bundesvorsitzende der Grünen Cem Özdemir während einer Gesprächsrunde mit AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen, dass der sächsische AfD-Vorsitzende Jörg Urban auf einer von Corona-Kritikern durchgeführten Demonstrationen in Dresden teilgenommen und gesprochen habe. Das ist falsch. Jörg Urban hat deswegen nun juristische Schritte gegen Özdemir als auch gegen das ZDF eingeleitet. Urban meint, sowohl den politischen Mitbewerbern als auch den öffentlich-rechtlichen Sendern scheine kein Mittel zu schäbig zu sein, Hass und Hetze gegen die AfD zu verbreiten. Diffamierungen seien offenbar das letzte Mittel, weil Medien und Altparteien nichts Stichhaltiges gegen die politischen Argumente der AfD vorbringen könnten. Bayern-Staatsrechtler halten den 750 Milliarden schweren Corona-Wiederaufbaufonds der EU für verfassungswidrig. Für den Riesenschuldenberg braucht die EU die Zustimmung sämtlicher 27 Mitgliedstaaten. Bislang haben aber nur elf zugestimmt. Als größter Nettozahler wird vor allem Deutschland für diesen Betrag aufkommen müssen. Der Bundestag hat das Ratifizierungsgesetz am Donnerstag beschlossen. Allerdings gibt es namhafte Kritiker, die den Wiederaufbaufonds für verfassungswidrig halten und nun vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Der europapolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Martin Böhm. Unter dem Deckmantel des Wiederaufbaus nach der Corona-Krise plant die Bundesregierung gemeinsam mit der EU-Kommission den Einstieg in die Fiskalunion. Das Virus soll dafür herhalten, den europäischen Schulden- und Steuerstaat zu verwirklichen, der sonst politisch eben nicht durchsetzbar wäre. Bundesvernatsminister Scholz selbst hat gesagt, auf die gemeinsamen Schulden müssten nun eigene Einnahmen, also EU-Steuern, folgen. Laut Matthias Hertegen, dem Direktor des Instituts für öffentliches Recht und Direktor des Instituts für Völkerrecht an der Uni Bonn, ist dies jedoch verfassungswidrig. Die EU hat keine Verschuldungskompetenz, sagt der Juraprofessor. Zudem will sie mit dem Fonds nicht nur die wesentlich durch die Unfähigkeit Merkels und von der Leins verschuldete Krise bewältigen, nein, sondern auch Unsummen in den Klimaschutz stecken. Insgesamt geht es den Eurokraten nicht um Corona, sondern darum, die Steuer- und Schuldenunion durchzudrücken. Thüringen, Bund und Land nehmen Tod der gesamten Tourismuswirtschaft billigend in Kauf. Seit nunmehr zwölf Monaten leiden Hotels, Restaurants und Cafés bundesweit unter den Folgen der Corona-Pandemie. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag der Umsatz im Gastgewerbe von März 20 bis Januar 21 um 47 Prozent unter dem des Vorjahreszeitraums. Die Zahl der Beschäftigten sank um 19 Prozent. In Thüringen pegelten sich die Übernachtungszahlen im gleichen Zeitraum auf dem Niveau von 1993 ein. Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland gingen sogar um etwa 60 Prozent zurück. Toska Kniesel, tourismuspolitische Sprecherin der AfD-Landtagsfraktion in Thüringen, fordert eine sofortige Öffnung der Hotels und Gaststätten im gesamten Freistaat sowie die Ermöglichung eines kontaktarmen Urlaubs. Das könne zu einer Trendwende beitragen und die weitere Abwanderung des so dringend benötigten Personals in andere Berufe verhindern. Je länger der Lockdown aufrechterhalten wird, desto wahrscheinlicher wird es, dass der Tourismus in Thüringen nach der Corona-Pandemie nicht wieder auf die Beine kommt, so Kniesel wörtlich. Baden-Württemberg Stasi Kahane erklärt den Smileys den Kampf. Alles Nazis? Die baden-württembergische AfD-Landtagsabgeordnete Christina Baum hat der Amadeo-Antonio-Stiftung Steuerverschwendung im Namen linksgrüner Ideologie vorgeworfen. Sie sagte sieben Tage Deutschland. Allein für 2018 belief sich die staatliche Förderung der Stiftung auf 2,77 Millionen Euro, mit der so absurde Vorhaben wie die Schnüffelfibel Ene, Mene, Mu und Raus bist du veranstaltet wurden. Eine Handreichung mit Hinweisen für Erzieher, dass man etwa bei Mädchen mit Zöpfen auf rechtsextreme Eltern schließen könne. Die stiftungsfinanzierte Plattform Belltower News publiziert jetzt den nächsten Unsinn. So würden die Pikto- oder Ideogramme in SMS und sozialen Medien als mögliche Verstärkung oder nonverbaler Ausdruck von Hate Speech genutzt. In dem Text heißt es, dass zustimmende Emojis wie lachende Smileys Hate Speech sein können und zum Bereich des abwertenden Lustigmachens und Mobbings der lachende Smileys mit den Freudentränen gehöre. Baum verweist darauf, dass jeder, der etwa die Niederlage eines Fußballteams bei Facebook mit einem Freudentränen-Smiley kommentiert, automatisch unter Rechtsverdacht stehen würde. Wer auf Rechtsextremismus getrimmt ist, der sieht auch überall Rechtsextremismus. Das ist die Logik dahinter, so baumwörtlich. Weitere tagesaktuelle Nachrichten aus den AfD-Landesverbänden und den AfD-Landtagsfraktionen finden Sie im Internet auf unserer Seite afdkompakt.de. Die neueste Ausgabe des Wochenend-Podcasts der AfD aus Berlin hören Sie 7 Tage Deutschland. Das klingt nach Fiktion, ist aber gar nicht so abwegig. Die deutsche Landwirtschaft ist bedroht von einer globalen Wirtschaft, die fast alles überall auf der Welt günstiger herstellen kann und mit mehr Profit verkaufen kann, als in Deutschland produziert ist. Da verdient der Discounter einfach mal mehr an einer Möhre, die um die halbe Welt gereist ist, als an einer, die vom Acker nebenan kommt. Und der Acker nebenan? Der Wirt im linksgrünen Wahn, der vermeintlich erneuerbaren Energien mit Solarzellen zugepflastert. Hektar um Hektar. Gutes deutsches Ackerland wird von der Kulturlandschaft zum Industriegebiet. Eine schon fast als pervers zu bezeichnende Entwicklung. Von linksgrün herbeigeredet, von Merkels GroKo beklatscht. Ist es tatsächlich nur noch die AfD, auf die die Bauern zählen können? Der landwirtschaftspolitische Sprecher unserer Bundestagsfraktion ist Stefan Protschka, jetzt im Gespräch mit unserem Hauptstadtreporter Tobias Weber. Herr Protschka, wir haben doch nun die Lebensmittelampel. Was wollen Sie denn noch? Nein, wir wollen eine vernünftige Herkunftskennzeichnung. Erstens ist ja die Lebensmittelampel noch freiwillig. Und naja, der Apfel hat Zucker, also Fruchtzucker und somit wird er rot. Also ist die Lebensmittelampel nicht ausschlaggebend, sondern wir wollen klipp und klar wissen, wo kommt das Produkt her. Es muss draufstehen, Deutschland, Spanien, Italien, wie auch immer. Das wollen wir haben. Ein schönes Beispiel ist der Parmaschinken, der bei Ihnen aus Bayern kommt. Der Parmaschinken, ja, also der meiste Parmaschinken kommt tatsächlich wirklich aus Bayern. Die Schweine werden in Bayern gezüchtet, gemästet, kommen dann nach Norddeutschland oder Dänemark zum Schlachten, werden dann per Lkw nach Italien verfrachtet und am Schluss steht drauf Parmaschinken. Wie könnte denn eine Lebensmittelkennzeichnung auf den Produkten im Supermarkt aussehen? Naja, wenn jetzt zum Beispiel ein Dosenprodukt kaufen mit mehr verschiedenen Zutaten, keine Ahnung, so ein Fruchtcocktail, Kirsche aus Türkei, steht hinter der Kirsche, Klammer auf, Türkei, Klammer zu, Orange oder Zitronen aus Spanien, Klammer auf, Spanien, Klammer zu. Ganz einfach, dann weiß der Konsument, wenn er die Dose in die Hand nimmt, okay, die Produkte kommen aus diesen und diesen Ländern und bei Fleisch soll tatsächlich wirklich draufstehen, Schwein gezüchtet, gemästet, geschlachtet, Deutschland oder dementsprechend gezüchtet Spanien, gemästet Polen, geschlachtet Deutschland. Das soll in klarer Schrift draufstehen. Schwierig wird es ja dann bei der Tiefkühlkost, weil da sind ja auch viele künstliche Produkte dabei. Naja, aber das muss man halt dann auch kennzeichnen, dass es künstliche Produkte sind und aber trotzdem auch ein künstliches Produkt hat, immer irgendwelche Produkte, also denen es hergestellt wird und dann kann ich klipp und klar dazuschreiben. Deswegen verlangen wir klar Schrift, damit der Verbraucher weiß, Wasser im Handel kauft und Wasser abends oder mittags zu sich nimmt. Des Weiteren geht es in der AfD-Initiative Landwirtschaft stärken ja auch darum, dass man zum Beispiel auch die bäuerlichen Familien hier in Deutschland wieder stärker und dann den staatlichen Schutz nimmt, dass die also nicht komplett frei dem Markt ausgesetzt sind. Ja, unsere deutschen Landwirte haben die höchsten Tierschutzstandards, haben die höchsten Umweltschutzstandards, haben die höchsten arbeitsrechtlichen Standards, was ja in Ordnung ist, aber dann müssen wir sie gleichzeitig gegenüber Importen aus Drittländern außerhalb der EU schützen, die weniger Umweltschutz haben, die weniger Tierschutz haben und weniger Arbeitsschutz haben. Und dann schauen wir nach Südamerika zum Beispiel. Dort gelten ganz andere Regeln und die sind natürlich viel, viel preiswerter als hier bei der Produktion in Deutschland. Na klar, wenn Sie jetzt nach Südamerika gucken, da wird das Glyphosat per Flugzeug ausgebracht, also soviel zu Pflanzenschutz, Mittelschutz. Da wird Genfleisch produziert, die haben eine ganz andere Vorstellung, was Gen ist oder Gen verändert ist, als wir in Deutschland oder in Europa. und auch, wie gesagt, die Tierschutzstandards oder Umweltschutzstandards, wenn Sie mal in solchen Ländern waren, die lassen zu wünschen übrig. Weiteres Problem, gerade jetzt in Corona-Zeiten, ist natürlich die Saisonkräfte. Die sind dringend notwendig, aber es hakt weiterhin. Die Spargelbauern hier in Brandenburg, so habe ich das erfahren, haben mittlerweile schon im Februar die Saisonkräfte angekarrt, aber das kann sich nicht jeder Land wird leisten. Also Saisonkräfte, da muss was passieren. Ja, wir wollen natürlich die Einreise erleichtern, weil es kann nicht sein, dass vor allem auch bei Spargel oder bei Obst, jetzt bei der Aussaat oder bei der Pflege dann oder später bei der Ernte, die Saisonarbeitskräfte fehlen. Das sind unsere Vitamine, die wir zu uns nehmen und die sind gerade jetzt in Pandemiezeiten ja sehr, sehr wichtig. Und wenn die Arbeitskräfte fehlen, dann fehlen uns die Vitamine und das darf nicht passieren. Seit Wochen rollen die Trecker hier durch Berlin, durch das Berliner Regierungsviertel. Der Bauernverband hat ja davon abgeraten. Also der Bauernverband, der deutsche Bauernverband und der Herrn Ruckwig ist der einzige Verband, der davon abgeraten hat, an der Demonstration teilzunehmen, weil man würde ja irgendwann die Regierung wieder mal benötigen und sie würden ja gut mit der Regierung zusammenarbeiten. Ich will jetzt nicht sagen, oder ich kann das Bayern sagen, fast jeder Bauernverband-Kreisvorsitzende ist ja Mitglied in der CSU. Also klar wollen die die eigenen Leute nicht anschießen, aber jetzt ist nicht mehr Zeit, auf Politik zu gucken. Die Leute kämpfen um ihre Existenz, die kämpfen um die Ernährung ihrer Kinder, die kämpfen ums Überleben und da muss jeder zusammenhalten. Vielen Dank, Stefan Protschka, agrarpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, 7 Tage Deutschland, der Wochenend-Podcast der AfD. Ich bin Tobias Weber. Wir bleiben im Thema. Die AfD macht sich stark für die deutschen Bauern und die deutsche Landwirtschaft und das auch auf EU-Ebene. Dr. Silvia Limmer ist Abgeordneter unserer Partei im Brüsseler EU-Parlament. Sie macht im Parlament eine erschreckende Beobachtung. Die Landwirte sollen weg von der Lebensmittelerzeugung und hin zu ihrer linksgrüner vermeintlicher Klimarettung. Da muss man feststellen, dass dort die Landwirte eher so die Störung des Klimas, die Störung der Umwelt darstellen und dass vielfach die Idee aufkommt, also das ist völlig abwegig eigentlich, dass man versucht, den Landwirt sozusagen in die Klimapolitik mit einzubinden und dass es sogar vom Hof auf den Tisch-Strategie heißt, es gäbe vielleicht sogar ein neues grünes Geschäftsmodell, also den Landwirt zum CO2-Anbau, überspitzt jetzt mal ausgedrückt, zu motivieren. Und ich denke, das ist natürlich die völlig falsche Richtung, weil Landwirte sind die Versorger unserer Bevölkerung mit wichtigen Lebensmitteln und das ist natürlich auch ganz wichtig im Sinne des Verbraucherschutzes. Denn je weiter weg ein Lebensmittel erzeugt wird, desto weniger können wir kontrollieren, was da wirklich auf den Tisch kommt. Nur was ich hier im Land oder in der Europäischen Union, in dieser Mitgliedstaaten produzieren kann, nur da habe ich auch letztendlich die Gewähr, dass die nach den Regeln und nach der guten Praxis, die wir letztendlich bestimmen, dann auch produziert werden. Der Landwirt als Störer, das ist das Bild, was von links und grün propagiert wird. Doch was stets vergessen wird, es sind die Landwirte, die durch Anbau und kurze Transportwege dafür sorgen, dass CO2 umgewandelt wird bzw. gar nicht erst entsteht. Die Bauern zum Buhmann zu machen, eine solch verquere Denkweise kann nur aus dem Lager derer kommen, die den vermeintlich Grünen nahestehen. Wie sieht die AfD den Landwirt und seine Rolle in unserer Gesellschaft? Frage an Hannes Loth. Er ist Abgeordneter im Landtag von Sachsen-Anhalt und selber studierter Landwirt. Der Landwirt ist für uns in der AfD natürlich systemrelevant. Bei den Grünen und den Roten ist er eindeutig der Schürdenfried. Das ist der, der dort die Umwelt zerstört. Das ist der, der die Umwelt mit Gülle überflutet. Das ist der, der die Menschen auspresst, mit giftigen Produkten versorgt. Während wir sagen, der Landwirt, der macht seine Umweltleistung, der versorgt unsere Bevölkerung, der bewirtschaftet den Boden, der sorgt dafür, dass wir was zu essen haben, dass die Vögel was zu essen haben. Der sorgt dafür, dass alles ordentlich draußen aussieht. Der räumt Müll weg, den andere Leute hinschmeißen. Also der Landwirt ist für uns systemrelevant, auf jeden Fall. Und darum ist die Landwirtschaftspolitik auch für die AfD systemrelevant. Seit Wochen protestieren die Bauern in Berlin immer und immer wieder gegen die verfehlte Agrarpolitik der Merkel-Groko. Aber so richtig dringen die Forderungen der Landwirte nicht in die Öffentlichkeit durch. Sind die deutschen Bauern, was meinen Sie, Herr Loth, sind die zu leise? Warum sind wir so leise als Landwirte? Ja, weil die Bauernverbände, Bauernbünde historisch gesehen von Politikern der Altparteien halt vorgesessen werden. Da sitzt halt der Bauernverbandschef in der CDU. Und der sitzt auf allen Ebenen in der CDU. Also es geht ja hoch bis ins Parlament stellenweise. Die sind ja auch organisiert in den Bauernverbänden. Dann hat der Bauer in den Hof. Der ist gleichzeitig Abgeordneter im Landtag. Sitzt also auch schon an der Quelle, wo er Inflation hat und was ändern könnte. Macht aber nichts. Also ich kann das klar und deutlich für uns in Sachsen-Anhalt sagen. Weil zufälligerweise, wir haben ja bald Landtagswahlen bei uns am 6. Juni. Und mein direkter Gegenkandidat im Wahlkreis ist der Bauernverbandspräsident von Sachsen-Anhalt. CDU natürlich, aber sonst. Und er hätte jetzt lange genug Zeit gehabt, als Bauernverbandspräsident zu wirken. Auch auf die Politik einzuwirken. Und wenn man sich die Arbeiten im Parlament anguckt, wer jetzt die Themen vorgebracht hat, sei es Anträge oder Selbstbefassungsanträge, dann waren das nicht die Herren von der CDU oder die Frau von den Grünen. Dann war es die AfD, die halt Tiertransporte thematisiert hat, die halt verschiedene Tierhaltungsproblematiken thematisiert hat. Die halt Anhörungen gemacht hat zum Thema Schweinestau im Stall durch Corona oder was auch immer. Da kam nichts von den Kollegen von der CDU. Da kam auch nichts vom Bauernverband. Hannes Loth, landwirtschaftspolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt. Stefan Protschka in gleicher Funktion in der AfD-Bundestagsfraktion und die AfD-Abgeordnete Silvia Limmer für die AfD im EU-Parlament. Die drei diskutieren zum Thema Rettet die deutsche Landwirtschaft auch bei AfD-TV. Schauen Sie rein. Den Klick zum Beitrag finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Hier ist 7 Tage Deutschland. Sie hören den Wochenend-Podcast der AfD. Wir haben in Deutschland Meinungsfreiheit. Jeder kann sich in Wort, Schrift und Bild in unserem Land frei äußern. So steht das im Grundgesetz. Doch das ist nur Theorie. Die Praxis sieht ganz anders aus. Praktisch hat allein Facebook, allein in den ersten drei Monaten des vergangenen Jahres unglaubliche 10 Millionen Beiträge einfach gelöscht. So sieht Meinungsfreiheit ganz sicherlich nicht aus. Meist nutzen die sozialen Medien das Totschlag-Argument Hass und Hetze als vermeintliche Legitimation für ihre Löschorgien. Doch was ist das genau? Eine Definition gibt es nicht. Und so findet in den Netzwerken eine ganz eindeutige, meist politisch motivierte Zensur statt. Das will die AfD stoppen. Mit einem Gesetzentwurf, der jetzt in den Bundestag eingebracht wird. Stefan Brandner ist Mitglied des AfD-Bundesvorstandes und rechtspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion und persönlich betroffen. Eine Rede von mir zum Infektionsschutzgesetz wurde von YouTube gesperrt, wurde rausgenommen. Wir haben versucht herauszufinden, warum. Und es wurde nicht mitgeteilt. Da kommt immer der allgemeine Verweis, ich hätte gegen die Nutzerregeln verstoßen. Aber gefragt, welche denn? Das wurde nicht mitgeteilt. Wir haben dann Anwälte beauftragt. Inzwischen ist das wieder freigeschaltet. Ein Schritt, den die meisten Nutzer so nicht gehen werden. Zu hoch sind die Kosten, zu lang die Verfahren. Und so löschen Facebook und Co. munter weiter. Auch wenn das Grundgesetz Meinungsfreiheit garantiert und eine Zensur verhindern soll. Doch. Das Grundgesetz bindet nur den Staat. Es ergreift der Staat auch zensierend direkt nicht in die sozialen Netzwerke ein, sondern eher privatisiert. Das Zensieren ist dann zu einer Löschorgie, zu einem Massaker an Meinungen im Netz. Das läuft ganz subtil beim Staat ab. Es wird immer geredet über Hass- und Hetzrede. Und das sind Begriffe, gerade die Hetze, die gab es eigentlich. Ich kann mich die ersten Jahrzehnte meines Lebens gar nicht daran erinnern, dass die Hetze mal eine Rolle spielte. Die Hetze war in der DDR ein Kampfbegriff gegen Opposition. Da gab es die Boykott-Hetze und die staatsfeindliche Hetze. Und diese Hetze hat jetzt wieder so eine Renaissance erlebt, sage ich mal, im Kampf. Gegen die kritischen Geister in Deutschland. Und Hass an sich mag man ablehnen. Aber jeder definiert natürlich Hass anders. Und Hass als solcher ist keine Straftat. Straftaten haben wir im Strafgesetzbuch überwiegend geregelt. Da gibt es Straftaten, die Richtung Hass gehen, sage ich mal. Beleidigungen, Verleumdung, üble Nachrede und solche Geschichten. Aber der Hass als solcher ist keine Straftat. Und so sieht es die AfD auch nicht als Aufgabe der Anbieter, zensierend einzugreifen. Facebook und Co. sind einst als Plattformen an den Start gegangen. Und die sind nicht dafür verantwortlich, was Nutzer auf ihnen veröffentlichen. Das müssen nur Medien tun. Also ist es an den Anbietern zu entscheiden, was sie sein wollen. Plattform oder Medium. Und genau darauf zielt der Gesetzentwurf der AfD ab. Noch einmal Stefan Brandner. Zwei dezente Eingriffe ins Telemediengesetz. Einmal die Plattformen müssen sich entscheiden. Bin ich eine Plattform oder bin ich ein Medium? Mit der Konsequenz, wenn ich eine Plattform bin, habe ich das Privileg und muss mich nicht um alles kümmern, was bei mir veröffentlicht wird. Wenn ich mich für das Medium entscheide, muss ich mich als Anbieter darum kümmern, was veröffentlicht wird. Und der zweite Punkt, generelle Auflage an marktbeherrschende, soziale Medien, dass sie nur das sperren dürfen, was strafrechtlich oder durch allgemeine Gesetze sanktioniert ist. Ich denke mal, wenn wir diesen Gesetzentwurf einbringen und auch debattieren und im Ausschuss dann weitermachen, wird sich der eine oder andere auch von den Altparteien darüber Gedanken machen. Und vielleicht gehen wir dann wieder in die Richtung, wo wir herkommen, dass eben jeder das Recht hat, sich in Wortschrift und Bild frei zu äußern und eine Zensur in Deutschland nicht stattfindet. Und das dank der AfD. Sie hören Sieben Tage Deutschland aus Berlin, der Wochenend-Podcast. Haben Sie sich Merkel in der Fragestunde am Mittwoch im Bundestag angesehen, als sie kleinlaut gestehen musste, den nächsten großen Fehler zum Schaden aller Deutscher gemacht zu haben? Da gab es in ihrer Rede einen Punkt. Hören wir mal ganz kurz rein. Das bedauere ich zutiefst. Und dafür bitte ich auch von dieser Stelle noch einmal die Bürgerinnen und Bürger und auch Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, um Verzeihung. Genau diesen Punkt, als alle die Luft anhalten und denken, sagt sie es jetzt? Und damit ziehe ich aus allem, was ich dem deutschen Volk angetan habe, die Konsequenz und trete als Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland zurück. Die Hoffnung darauf schwindet schnell. Munter schnattert Merkel weiter. Keine Spur von Verantwortungsgefühl. Aber einige von Ihnen hatten ganz ähnliche Hoffnungen, wie wir bei WhatsApp hören. 030-439-70765. Das ist unsere Nummer. 030-439-70765. Ja, die Merkel, die macht sich doch in ihren hautfarbenen Panzer. Die hat doch Schiss, die Vertrauensfrage zu stellen. Ich finde, Entschuldigung reicht da nicht. Man muss dann auch die Konsequenzen ziehen und zurücktreten. Sie sollte lieber abtreten und alle Ämter niederlegen und ihr Gefolge gleich mit. Komplett zurücktreten. Was denn sonst? Die sogenannte Kanzlerin Angela Merkel sollte sich nicht nur entschuldigen für ihr Versagen. Sie sollte meiner Meinung nach sofort zurücktreten und sich vor einem ordentlichen Gericht für ihr Versagen verantworten. Anstelle der Verzeihung, Frau Merkel muss mit ganzen Orgienkumpanen mit Schande zurücktreten. Zum Ostern gesagt und von Gottes Wort. Sie ist fruchtloses Baum. Sie kann nicht gute Früchte bringen. Dem ist dann tatsächlich nichts mehr hinzuzufügen. Wenn Merkel nicht noch auf die blöde Idee kommt und doch noch irgendeinen Feiertag erfindet, kommen wir mit Daumen drücken mit der nächsten Ausgabe nächste Woche bereits am grünen Donnerstag zu Ihnen. Dankeschön fürs Zuhören für diese Woche. Bleiben Sie bitte tapfer und frohen Mutes in all dem Altparteien-Irrsinn. Das war Sieben Tage Deutschland für heute. Am Mikrofon war Detlef Frier. Tschüss. Metz Mütze 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 Vielen Dank.